So, heute ein sehr interessantes Video und zwar zum Thema Libertarismus, Veganismus und Nicht-Aggressionsprinzip. Und warum der Veganismus automatisch aus dem Libertarismus folgt. Warum die absolut untrennbar miteinander verbunden sind. Ich werde das hier so ausführlich wie möglich versuchen zu erklären. Sehr interessant für alle Libertären hoffentlich. Natürlich, aber das Video wird natürlich nur die ansprechen, die wirklich aufrichtig und ehrlich sind. Die werden darauf hören, die werden das verstehen und die anderen werden das, naja, leugnen. Ich werde euch hier mein Video verlinken. Ich habe schon mal so ein ähnliches Video gemacht über Charles Krüger zum Beispiel, Oliver Jahnig. Diese Libertären oder wie ich sie nenne, Fake-Libertären. Die sind ja keine echten Libertären. Die sind keine Libertären, weil sie nicht dem Nicht-Aggressionsprinzip folgen. Sie definieren das für sich neu. Kennen wir beim Thema Moral. Neu definieren. Es gibt eine Moral. Man definiert sie sich um, um irgendwas zu erreichen. Zum Beispiel, dass man irgendwas essen kann, was einem gut schmeckt. Und dann lässt man mal die Moral hinten wegfallen. Also fangen wir mal an. Es ist jeder, jeder Punkt hier, ihr könnt hier sehen, ich habe hier einfach mal drei Punkte aufgeschrieben. Jedes Thema, sage ich mal, oder wie auch immer man das nennen soll, hat einen Grundpfeiler. Ja, jede Religion, jede Ansicht, jeder Sport zum Beispiel auch. Alles hat irgendeinen Grundpfeiler. Zum Beispiel, der Fußball, der Sport, Fußball hat als Grundpfeiler den Ball. Der Ball gehört unweigerlich zum Fußball. Das ist genau wie Fußballspieler unweigerlich zum Fußball gehören. Ja, zu diesem Sport. Zu Feuer gehört unweigerlich Hitze. Wenn du Feuer hast, hast du immer Hitze. Auch wenn du unter Wasser Feuer hast, kannst du dich auch da dran verbrennen. Ja, weil das ist auch Hitze. Und auf den Libertarismus folgt unweigerlich, unmissverständlich der Veganismus. Der Volk daraus. Das ist ein Grundpfeiler des Libertarismus. Das heißt, wenn du Libertärer bist, bist du automatisch immer Veganer. Ja, das ist ganz genau der Punkt, warum Veganer, warum die richtigen, echten, warum die Libertären, die richtigen, echten Libertären, natürlich, die ich persönlich auch kenne, die natürlich sich nur wirklich an den Kopf fassen, wenn die hören, so Oliver Janisch oder Charles Krüger oder andere Libertäre, die nicht vegan sind, ergibt keinen Sinn. Deswegen sagen die, ja, einige sagen auch natürlich, man kann die nicht ernst nehmen, weil ganz genau deswegen, weil sie sich für den Libertarismus umdefinieren. Sie definieren einfach irgendwas neu, weil sie Lust drauf haben, weil das denen besser in den Kram passt. Aber der Grundpfeiler des Libertarismus ist der Veganismus tatsächlich. Okay, und ich versuche das mal jetzt zu erklären. Ich habe versucht, irgendwie ein Beispiel mir auszudenken. Mir ist kein gutes eingefallen. Deswegen nehme ich jetzt einfach irgendeins. Wir stellen uns vor, eine Person glaubt irgendwie an eine Religion. Da geht es darum, dass irgendwie Feuer schlecht ist. Irgendwas mit Feuer bedeutet irgendwie Teufel oder was auch immer. Und die Person hat halt auch übelste Angst vor dem Feuer und so. Und meidet Feuer. Aber in ihrer Religion, dieser Anti-Feuer-Religion, geht es nicht um Essen. Es hat nichts mit dem Kochen oder irgendwas zu tun. Und diese Person hat ein Herd, wo man Feuer machen muss. Ihr kennt ja, dieser Feuerherd, wie auch immer man die nennt. Heutzutage ist ja Induktion. Und auf jeden Fall, oder diese Platten, wo man es draufstellt. Diese alten, wie früher in Russland. Aber es gibt ja auch diese mit Feuer, wie auch immer die heißen. Und auf jeden Fall, die Person, die jetzt an diese Anti-Feuer-Religion glaubt, die nichts mit Ernährung zu tun hat. Die Person, wenn die aufrichtig und ehrlich ist natürlich, wird ja auch dieses Feuer am Herd meiden. Die wird sich dann zum Beispiel eine neue Herdplatte kaufen, damit die dieses Feuer nicht mehr anmachen muss. Also hat das ihre Religion, ihre Ansicht, Auswirkungen auf ihre Ernährung. Und das hat einfach auf alles Auswirkungen. Die kann jetzt zum Beispiel nicht mehr rauchen, weil das ist Feuer. In dem Buch steht aber nichts von Rauchen. Deswegen, es hat natürlich Auswirkungen. Ganz klar, wenn man ehrlich ist, hat das Auswirkungen auf alles im Leben. Und wenn man Libertärer ist, dann ist der Grundpfeiler des Libertarismus das Nicht-Aggressionsprinzip. Das bedeutet, dass du keine Aggression ausüben darfst. Ich habe es schon mal erklärt, Aggression, alles zählt unter Aggression. Die Libertären, die natürlich nicht ehrlich sind und nicht aufrichtig sind, die gehen hin und sagen natürlich, das gilt nur für Menschen. Das gilt nur, wenn irgendwie Eigentumsrechte eingeschränkt werden. Und der Staat will mit Aggression irgendwie ihr Geld haben, Steuern, was auch immer. Das sind Aggressionen. Das gilt nur dann für diesen Fall und nur für diese Menschen. Oder nur für Menschen. Also die denken sich etwas aus. Sie müssen sich da irgendwas rein interpretieren. Und in Wirklichkeit ist das natürlich so. Die echten Libertären, nicht die Fake-Libertären, die echten Libertären, die halten sich natürlich an das Nicht-Aggressionsprinzip ohne Einschränkungen. Nicht-Aggressionsprinzip, das heißt, du darfst keine Aggression ausüben. Weder darfst du irgendwie Eigentum beschädigen, du darfst keinem irgendwie Fahrbahn die Wand klatschen, sein Auto irgendwie demolieren. Obwohl das ein Auto ist, du darfst keine Aggression gegen ein Auto ausüben. Du darfst nicht hingehen und irgendwen schlagen. Das ist auch Aggression. Du darfst nie Aggression machen. Das ist das Nicht-Aggressionsprinzip. Du hast mit Aggression nichts zu tun. Siehst du, das wirkt sich aus auf alles in deinem Leben. Nicht nur auf das, was du dir einbildest. Nein, nein, das gilt nur für die Eigentumsrechte von Personen, was auch immer. Nicht-Aggression heißt Nicht-Aggression. Okay? Und deswegen wirkt sich das natürlich auch auf das aus, was du isst. Wenn du dreimal am Tag, hier, ich habe es rausgesucht, wenn du dreimal am Tag dafür bezahlst, dass Tiere ermordet werden, damit du sie essen kannst, dann ist das Aggression. Das ist die höchste Form der Aggression. Ich werde euch die Doku nochmal hier unten verlinken. Earthlings auf Deutsch. Ganz wichtig, den Anfang einfach mal anzuhören. Der Anfang ist ganz harmlos. Der wird einfach so erzählt. Man wird so ein bisschen das Thema eingeleitet mit einer super angenehmen Stimme. Und der Punkt ist einfach, der Veganismus ist die höchste Form der Anti-Aggression. Deswegen sind wir Veganer, Veganer. Weil wir hingehen und sagen, ja, Aggression ist schlecht, deswegen halten wir uns nicht an Aggression. Wir entfernen uns davon. So wird man Veganer. Man hört auf mit Aggression. Weil Aggression was Schlechtes ist. Deswegen hauen wir niemanden. Deswegen machen wir nichts kaputt. Deswegen lassen wir niemanden töten. Wir haben mit Aggression nichts zu tun. Genau, Aggressionsvermeidung. Veganismus ist Aggressionsvermeidung. Es gibt keine höhere Form der Aggressionsvermeidung als den Veganismus. Das ist ja die ultimative Aggressionsvermeidung. Also jeder Veganer hält sich automatisch an das Nicht-Aggressionsprinzip. Und daher, daran siehst du, dass das Nicht-Aggressionsprinzip Auswirkungen hat auf alles in deinem Leben. Und da du dann nicht mehr irgendwen töten lassen kannst, musst du Veganer werden. Das ist auch, deswegen sind die echten Libertären halt Veganer. Die werden Veganer, nachdem sie Libertär sind. Obwohl die allermeisten, muss ich ehrlich sagen, ist genau andersrum. Die sind Veganer und werden dann Libertär. So ist es in den allermeisten Fällen. Und von daher, wahrscheinlich hat das irgendwas auch damit zu tun, dass das der Libertarismus auf dem Nicht-Aggressionsprinzip beruht. Und das einfach so extrem Sinn ergibt für Veganer. Dass sie sich so und so schon daran halten, nehmen die dann auch diese politische Richtung ein, sage ich jetzt mal. Und von daher, wenn man das mal verstanden hat und ein aufrichtiger Mensch ist und sagt, ja stimmt, natürlich du hast recht. Und dann versteht man, warum echten Libertären natürlich Veganer sind. Und dann habe ich hier so ein paar Punkte aufgeschrieben, die das auch sehr gut deutlich machen. dass das sich die Einstellung, die man hat, die Grundeinstellung, wenn man irgendeine fundamentale Grundeinstellung hat, wie das Nicht-Aggressionsprinzip, dann wirkt sich das auf alles aus. Hier habe ich ein paar Beispiele aufgeschrieben. Diese ganzen Widersprüche und der Mensch macht das halt, das ist halt der wichtigste Punkt, der Mensch macht das halt, weil er sich geschmacklich befriedigen will. Der kann, sobald es um das Essen der Menschen geht, ist alles vorbei. Ist alles vorbei. Man hält sich an gar nichts mehr. Man hält sich weder an seiner Religion, noch auf seine politische Richtung, noch an Moral, noch an Rationalität, an gar nichts hält man sich. Erstmal kommt immer das Essen. Man muss sich das so vorstellen, irgendwas steht bei Menschen ganz, ganz oben. Das ist das Ego, die Grundbedürfnisse des Menschen. Danach kommt irgendwas anderes. Also ganz oben immer das Wichtigste, sowas wie Atmen zum Beispiel. Ist ganz, ganz oben. Man muss es die ganze Zeit machen. Und bei Menschen ist das nun mal so, dass bei denen die Geschmacksbefriedigung mit dem Essen ganz, ganz oben steht. Über allem anderen. Deswegen ist das so, dass die Menschen heucheln. Die heucheln. Das heißt, die haben Wertvorstellungen, die gehen in diese Richtung. Ich will Tiere schützen. Ich finde Tiere ganz toll. Tiere darf man nichts machen. Es gibt Tierschutzgesetz. Und dann gibt es hier die Handlung, die man selbst macht. Und man bezahlt dreimal am Tag mit seinem erarbeiteten Geld dafür, dass Tiere getötet werden. Also hat man ein Heuchelei. Man hat eine kognitive Dissonanz. Man tut so, als wäre das einem wichtig. Heucheln heißt Gefühle vortäuschen. Und das ist ganz genau der Punkt. Und hier habe ich mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Zum Beispiel der Libertäre, der zum Beispiel sagt, ich halte mich an das Nicht-Aggressionsprinzip, was er nicht tut. Oder ein Nicht-Veganer, der sagt, ich bin gegen Massentierhaltung und isst Produkte aus Massentierhaltung. Er sagt das nur, um zu heucheln. Er will gut dastehen. Deswegen sagt er das. Und Libertäre sagt das hier, weil er gut dastehen will, weil sich das ganz toll anhört. Und man sagt, man ist gegen Aggression und so und lässt dreimal Aggression die höchste Form der Gewalt ausüben. Er gibt Nullsinn. Und dann hier der Nicht-Veganer, ich bin ein Tierfreund zum Beispiel. Hört man auch mal wieder von Nicht-Veganern. Oder ich mag Tiere. Welche Tiere magst du? Du lässt dreimal am Tag Tiere abschlachten. So sehr magst du Tiere. Und der Vegetarier, ich bin Vegetarier, weil ich Tiere schützen will. Das wird dir jeder Vegetarier auf der Welt sagen. Oder ein Gottgläubiger, der Tierprodukte isst. Das heißt, der glaubt an einen Gott und dieser Gott hat in das Essen von den Menschen Gefühl reingemacht. Das heißt, du musst Leid, Gewalt und Tod verursachen, um zu essen. Das ist ein komischer Gott. Und von daher, hier seht ihr, diese ganzen Punkte. Und hier dran seht ihr einfach diese Auflistung, Aufreihung, was ein wichtiges ist im Leben. Der Gottgläubiger, der Tierprodukte isst, der hat einen Gott und man darf nicht töten und natürlich keine Gewalt verursachen und nichts. Aber da drüber, über seiner Religion steht was? Geschmacksbefriedigung. Die steht ganz oben. Und die entscheidet erstmal. Erstmal, wenn die befriedigt ist, kommt seine Religion. Und ganz genau das Gleiche hast du beim Libertären. Der hat erstmal Geschmacksbefriedigung und dann kommt das Nicht-Aggressionsprinzip. Nicht-Veganer gegen Massentierhaltung, seine Moralvorstellungen von einem Nicht-Veganer sind hier. Geschmacksbefriedigung ist aber hier. Die kommt als allererstes. Und dann kommt die Moral. Und dann kommt Ich mag Tiere. Nachdem das Steak gegessen ist, nachdem der Käse gegessen ist und nachdem die Milch getrunken wurde, erst dann kommt Ich bin für die Tiere. Ich mag Tiere. Wenn ich sehen würde, dass einem Tier ein Hund wird weggetreten, ich würde dem Typen den Hals umdrehen. Ich bin gegen Massentierhaltung. Ich bin voll moralisch korrekt. Ich handle moralisch richtig. Aber erstmal davor kommt natürlich das Tiere abschlachten. Und danach kommt alles andere. Versteht ihr, wo ich hinaus will? Es ist immer Vegetarier. Ich bin für die Tiere. Zum Beispiel. Vegetarier für die Tiere ergibt null Sinn. Woher kommen Tierprodukte? Wie werden Tierprodukte hergestellt? Frag dich das mal. Schon mal irgendwas, irgendein Problem gehört mit irgendwie Eiern? Was mit den Hennen da passiert und alles? Schon mal solche Ställe gesehen, wo die da zu Tausenden rumwuchern? Und die Milch, wie wird Milch erzeugt? Schon mal damit beschäftigt? Und dann wird einem auch das alles klar. Das ist auch nichts anderes als Heuchelei. Man will gut dastehen. Aber als allererstes kommt die Geschmacksbefriedigung. Käse essen, Käse, Pizza, Käse über Käse, Lasagne. Erstmal kommt das. Schoko, Kakao, Milch. Himbeer, Schokomilch. Lecker, lecker. Eis essen im Sommer. Erstmal kommt das. Und danach kommen die Tiere. Die Tiere sind immer zuletzt dran. Ich habe hier mal das Bild doch noch rausgesucht. Das ist das hier. Ich bin Vegetarier für die Tiere. Finde den Fehler. Links unten so ziemlich die wichtigste Grafik, glaube ich, mit der Kuh. Was mit Kühen gemacht wird. Für die Tiere natürlich. Macht man das natürlich für die Tiere. Das heißt, man sorgt noch mehr für Ausbeutung als vorher. Als Allesesser. Von daher für die Tiere. Weil als allererstes kommt immer Geschmacksbefriedigung. Und danach kommt alles andere. Ganz genau das Gleiche gilt für die allermeisten Libertären. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut erklärt. Warum das keinen Sinn ergibt, als Libertärer an das Nicht-Aggressionsprinzip zu glauben und Tierprodukte zu essen. Wie immer, mein Test macht den Test. Und der Test lautet, den habe ich auch dem Oliver Janich sehr empfohlen und dem Charles Krüger, sich einmal im Leben die Zeit nehmen. Nimm dir einmal im Leben die Zeit. Du setzt dich abends hin, alleine, Kopfhörer auf, guckst dir das an von Anfang an, nicht spulen, das ist auf Deutsch sehr angenehm gesprochen. Du guckst dir das Ding an und dann stellst du dich vor einen Spiegel und dann sagst du, guckst dir in die Augen und dann sagst du, ich glaube und ich halte mich an das Nicht-Aggressionsprinzip. Sag dir das mal, nachdem du das hier gesehen hast. Hier siehst du, was du verursachst als Libertärer mit deinem Nicht-Aggressionsprinzip und dann wirst du mich verstehen, dann wirst du alle Veganer verstehen und dann wirst du auch Libertäre verstehen. Die richtigen Libertären, ich rede nicht von den Fake-Libertären und ich hoffe, das wurde jetzt klar. Ich hoffe, ich habe das jetzt mehr als deutlich erklären können. Wenn du ein Glauben hast, wenn du an irgendeinen Spaghetti-Monster glaubst oder so, dann hat das Auswirkungen auf einfach alles im Leben. Wenn du die Bibel glaubst, dann sollst du auch daran glauben, mit Auswirkungen auf alles in deinem Leben. Ich glaube an die Bibel, aber erst nach dem Essen glaube ich an die Bibel. So in diesem Sinne. Okay? Oder halt, ich bin gegen Massentierhaltung. Ich mag Tiere und so. Das kommt immer erst nach dem Essen, komischerweise. Weil das halt so ist. Der Mensch ist eine Marionette seines Geschmacksins. Das ist einfach der Punkt. Das ist der Grund. Er muss sich geschmacklich befriedigen. Ich kann es nicht verstehen. Ich habe mich als Mensch so entwickelt, dass mein Geschmacksinn runtergewandert ist. Der war auch mal ganz oben. Ist ganz klar. Da war ich halt ein Kind. Irgendwann bin ich erwachsen geworden. Dann ist mein Geschmacksinn runtergestiegen. Der ist abgesunken. Weil irgendwelche anderen Sachen wichtiger sind. Sowas wie das Nicht-Aggressionsprinzip. Sich an Nicht-Aggression halten. Dafür muss man nicht mal libertärer sein. Sondern grundsätzlich. Man macht nichts Schlechtes einfach. Das nennt man erwachsen werden. Und deswegen ist Geschmacksbefriedigung bei mir irgendwo auf dem ziemlich letzten Platz gelandet. Weil das ist einfach nur Essen. Das ist einfach nur Geschmack. Wie kann das einen interessieren? Habe ich noch nie als Mensch verstanden und werde ich auch niemals verstehen. Wie es einem so wichtig sein kann. Deswegen ist er bei mir runtergestiegen. Und dann habe ich irgendwann entschieden, weil ich nichts mehr Schlechtes machen wollte, dass ich Veganer werde. Und nachdem ich das hier auch gesehen habe und daran zerbrochen bin, bin ich zum Veganer geworden. Von daher, das gilt hier für die Libertären. Das Video geht an die Libertären. Und einfach mal ehrlich und aufrichtig sein und diese Doku auch gucken und versuchen zu verstehen. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt mich gerne unterstützen, indem ihr Kanalmitglied werdet. und guckt ein weiteres Video von mir. Peace.